Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alarm! 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 Bella O'Neill, die geht stiften! Die wollen schon wieder ein zweisames Schrägchen zu haben. Ja. Nein. Wir brauchen einen anderen Weg! Ach, meinst du? Ja, wir müssen sozusagen jetzt glaube ich einen Weg hier rausfinden. 2-1, 6-1, 6-5. Hier wird echt bremslos. Sind sie in der Nähe? Over. Was heißt denn da, 6-5? 2-1, so etwa Arschtrittweite. Die Truppen wollen mit unserem Dropship abhalten. Zu etwa Arschtrittseite. 10 und 20 Minuten da! Die Scheiße fliegt uns hier um die Ohren! Du Scheiße! Alter! Das war ja ein schöner Seegang hier, wa? Hier ist nix mehr drinne. Alles klar. Ach du Scheiße, ey. Ja, uns fliegt uns die Solaco jetzt um die Ohren. Uff! Ach du Scheiße, hier ist ein Sog! Wo ich gerade im Raum war. Dann bist du angesogen. Da ist wohl hinter der Tür was weggepollert. Okay. Ach du Scheiße, da auf! Wow! Das ist ganz schön stürmisch, wa? Wieso müssen wir einen anderen Weg suchen? Geht ihr? Geht ihr mal! Guck mal, welche Idioten hat hier was vor der Tür gepackt? Ganz schön windig hier! Was hast du gesagt? Ich kann ihn nicht hören! Oh, warte mal. So. Ich bin der Windmacher! Oh oh! Und ich hör hier schon wieder was? Ich hab da was gerade gehört, ja. Äh... Entschuldigung. Mir sitzt ein Alien im Hals. Du solltest ein Alien niemals mit Guaul verwechseln. Höhle ist verschädigt. Höhle ist verschädigt. Aus deinem Hals, ich komme mit Angst. Wenn nicht, um die Alien, wir müssen. Äh... Äh... Ach so, das war ja die Tür zu machen. Alter! Wie konnten wir die nicht hören? Ey, guck mal, das sieht doch geil aus, oder? Wir sind auf etwas gestoßen, das wir nicht finden sollten. Bella, auf was stoßt du denn immer zu? Bella, du stößt immer auf irgendwas. Sicher! Aufzug ist da hinten. Äh, jetzt haben wir hier zwei Türen. Scheiße. Nein. Warte mal kurz, warte mal, warte mal. Ein Radar zeigt an, dass wir nach... ...Gradhaus müssen. Oh, siehste! Siehste! Hier haben wir noch was schönes. Oh, siehste! Oh, das ist doch nett. Ah, der M240er. Jetzt haben wir eine neue Waffe. Wen meinst du mit wir? Ach, hast du die nicht? Nee. Doch, hier unten liegt doch noch eine. Ach, da ist noch eine, cool! So, jetzt haben wir ein bisschen Flamme. Wow! Action! Irgendwie... Warte mal. Sie russet 1, 2, 3... Wo ist denn der? Äh... Kann das immer nur jeder eine russsen, oder was? Glaube ich auch, ne? Warte mal, ich mach mal weg. Jetzt russst du du mal. Ja, stimmt. Jetzt hast du einen Pfeil nach. Fuck! Dann nimm mal. Dann nimm mal. Dann nimm mal. Ja, dann... Dann nehm ich die Barbar. Ha, komisch. So, ich werd erst mal mit der... Nee, doch nicht. So, dann lauf ich mal jetzt auf. Uah! Penne! Schau! Schau! Brenn! Ja! Brenn! Alter, was ist denn da jetzt abgekoppelt worden? Oh, keine Ahnung. Hier? Hast du gefunden? Granaten, ja? Ja, Granaten. Gerade haben wir gefunden. Mal ein bisschen hier umgucken. Ich hab's wieder noch übersehen. Ja. Ich kümmer mich mal um die da vorne. Ja, mach mal. Ja! Gib mir Deckung! Brenn! 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 Ja, ich mach nur noch ein bisschen logi logi! Ja, aber äh... Oh! Nett! Ach, da bist du! Er rennt wieder überall um hier! Das kommt mir irgendwie sehr komisch bekannt vor. Müssen wir doch hier ein bisschen was vom Level zeigen. Nee, ich suche eigentlich nach Erkennungsmarken und, oh, Audio-Log gibt es heute hier nicht. Also wir müssen nur nach Erkennungsmarken Ausschau halten. Ja, okay. Um hier vielleicht ein bisschen was zugekommen. Aber hier ist nix. Gut, dann wollen wir mal durch die Tür. Ja. Haben wir da was? Mal auf der Brett. Sieht sauber aus, aber wir kriegen den Aufzug da. Geht nicht. Achso, alles klar. Oh ja. Okay. Ha, da war noch eine. Cool. Oh, jetzt wird er. Okay, jetzt wird er noch. Oh, 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 oh. So. Wurde ganz schön getroffen, den gerade. Ja. Achso, mir geht's auch nicht ganz so vorsichtig. Ich dachte, das war nicht mehr. Dann war ich da ein bisschen vorgegangen. Du dich mal am besten. Du dich mal am besten. Ja, ich wollte noch mal. Ach, ich wollte mir ja die... Passe. Ja. Feuer! Alter, ich liege. Wie? Scheiße. Ich liege. Hat nichts drauf geachtet, eben da. Oh, komm, komm. Ja. Ja. Jetzt ist mir. Ich muss noch ein großer Deckungsfeuer. Warte mal kurz, ich... Scheiße, jetzt liege ich. Verdammt. Hilfe. Hilfe. Ja, ich komme. Ich bin schon da. Oh, mein Neokiesel. So. Leben die doch. Scheiße, was war das? Nee, nee. Ich glaube, die haben jetzt da vorne jetzt alles... Klar, Schiff gemacht. Ja. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Ey. Er muss markenmäßig oder so, ne, ne? Was ist das? Was ist das? Hier war ein Minikid. Ah, cool. Ah, ich hätte mich noch mal was. Alter. Alter, du blöder Penner, ey. Oh, ich habe eine Bombe, habe ich irgendwie. Alter. Scheiße. Oh, wo der Flammenwerfer ist. Hilfe. 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 Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ah, ich bin tot. Scheiße. Scheiße. Steckst du? Ich bin tot. Ich bin hinter dir. Ach so. Ich stehe hinter dir. Wieder einmal. Aber ich habe hier irgendwelche neuen Granatentypen, habe ich hier bekommen. Ich habe da irgendwie so Feuergranaten. Ja, okay. Ja, wie geil. Also, ist alles sicher. Kannst durchlaufen. Durch den Raum. Also, wie gesagt, ich habe mir ganz gut aufgeräumt. Oh, was war das eben? Henne! Du hast ein Rohr geplatzt. Hatte wohl einer ein bisschen Süd gehabt, oder? Ich glaube auch. Oh, hier ist noch Rüstung. So, ne meinst. Hier ist Granate, oder was ist das? Da vorne ist... Oh, nee, das ist Ronil, ne? Oder nee, das ist Bella. Was da hinten steht, ne? Bella und Ronil. Hier hinten sind noch Waffen. Ja, dann hol ein. Yeah. Voll, oder was? Und? Nee. Das ist doch ein flutiger, nicht der Abdruck. Geil. Ich bin hier gerade. So. Wo muss ich jetzt lang? Weißt du das? Äh, links. Links. Rotas Bella. Also, dich kann ich nicht wiederbeleben, ne? Du bist ja tot, ne? So, ich denke mal, dass ich... Jetzt gleich kommen. Ja, runter. Strom ist da, aber das Ausmaß des Schadens ist unbekannt. Nutzung in Straßsagen, over. Vertraue mir. So. Ist jetzt eigentlich bald ein Kontrollpunkt wiederkommen, oder? Ich hoffe mal, ne? Ja, ich muss erst mal hier drücken. Oh, ey. So, jetzt. Also, ein bisschen doof, ne? Wenn du zu weit oder zu nah dran stehst, ne? Dann Ronil gerade davor, wa? Ja, ja, wie immer. Guckt immer nur auf Bellas Arsch, weißt du? Ist ein bisschen abgelenkt. Ist das Schlagseite hier, da? Da brauche ich auch gerade auf Bellas Arsch gucken, man. Seh die denn? Nein, nein, scheiße! Oh, 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 oh. Wir stecken fest. Wir stecken fest. Ich will da nicht raus. Vollpunkt? Bitte. Nach euch. Ich will auch mal wieder spielen. Ist das hier noch was? Ist das hier noch was? Noch mal auf so was. Und? Ich bin voll. Ich bin voll. Ja. 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 Ist das hier nichts mehr? Okay. Auch noch Uni? Alarm! 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 Kretische Schöne Zerberatung bald erreicht. Zu Lappret. Oh. 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 Erstmal, was da an dieser Tür ist. Was hier? Hinter der? Ja. Aber hier ist der reguläre Weg, ne? Da geht's ja weiter. Hier ist Moni. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Erkennungsmarken auch sehe, wenn ich im Ghost-Modus bin. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Alter, der sieht doch hübsch aus, ne? Ja. Alter, mein Hund ist ne olle Dreck. So, Alter, steht am Fenster und vorzieht in meine Richtung. Gut, dann geh ich jetzt hier mal weiter. Ja. Alter, komm, ich muss endlich mal Kontrollpumpe. Kein Plan. Ich muss dir nicht sagen. Ich sehe Feinde! Wo? Mehrere Signale um uns herum. So, Daddy ist wieder am... Da. Daddy macht jetzt Aua. Ich denke mal, du bist ja bestimmt, äh... Also, weil hier gerade die Kontrollpumpe. Ich freue mich, wenn... Ja. Ja. So, so laufen. Ich gehe gleich los. Ja. Dann sind natürlich alle meine Granaten weg, die ich vorher hatte. Oh, Herr! Ja. Probe nochmal eine Granatenabwurf. Auf geht's. Oh, ho, ho. So. Oh, ich spiele die Granatenabwurf. Doch, ich spiele die Granatenabwurf. Okay. Das sind Alien. Alien! Jetzt haben wir bestimmt hier eine Mischung aus Mensch und Alien. Ja. Ja. Und die abgeteilt sind. Oh, das ist so viel. Entschuldigung. Freut dich nicht. Hast du gerade Unidil angeschossen? Ja. Oh, mein Gott. Ich bin nach unten gefallen. Ich habe einen Alien hier unten. Scheiße. 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 Auf, auf, auf. Alter, verweilter, Junge. Ey. Da unten liegt die Bissung bei dir, ne? Die Zone ist auch Freussen, ey. Boah, ey. Leckiger Marsch. Schießen wir denn noch auf uns? Und wenn das Schiff nicht ständig die ganze Zeit hier herwackeln würde? Ja, es ist ein bisschen... Na, wenn die Steuerung sind hier einfach dann. Hallo. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder hoch? Weiß ich nicht. Müssen wir mich rausziehen, oder? Ach, da warst du, Alter. Nein! 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 Boah! Schon wieder tot? Ne, da kam Alien gerade unten aus der... ...aus so einer... ...Bodenluke raus, ey. Ich sag, das kannst du dir mal angucken bei mir, ey. Voll heftig. Ah, ich komm wieder nach oben. Oh, dann komm mal nach oben. Hier liegen auch noch Bomben. Hier kannst du noch Bomben einsammeln. Ja, ich seh schon. Dieser Pornhof... ...hier auch noch ein bisschen Muni hier. Na. Oh, toll. Siehst du, da bin ich runtergefallen. Hier liegt auch noch Muni, wo ich bin. Ah, hier sind Granaten. So, Feuerbomben. Was denn? Wie kann ich die denn aktivieren? So. Hier ist auch noch Muni und Bomben. Cool. So. Noch mehr Granaten. Ich hab nämlich... Ich hab sechs Stück. Und du? Ich hab drei. Ey, das wird ja sogar für mich mitgezählt, wenn du einsammelst Granaten. Ja. Alter, hier bin ich runtergefallen. Ja, das ist natürlich... ...doll. So, und links ist... ...links hier nicht passt. Na, eine. Ja, jetzt haben wir natürlich eine Mischung mit den Gegnern, wa? Ja. Menschen, ey. Ja, wie gesagt, die Menschen werden hier irgendwie kontrolliert von den Aliens. Alter, die Sommer der Tür, ey. Alter, die kommen hier hochgekrabbelt, die Vieche. Scheiße, ey. Das sind die Gegner auch immer so auf eine offene Fläche, Alter. Ja, ich bin aber heute mal... Hast du schon wieder runtergefallen? Nö, nö. Der war gut. Hast du die geschmissen? Ja, ja. Cool. Gut gemacht. Nachdem du mir vor der Linse standst. So. Ach, ich bin schon wieder voll mit mir. Ja, dann sammle ich das mal ein, hier, wa? Nein! Ich bin auch voll. So. So, komm. Ich schieße mal ein bisschen. Verschwende doch deine Munition nicht, Mensch. Dann lass doch lieber das liegen und dann könnte man zur Not noch zurück, weil man keine Muni hat. Ja, gut. Das ist auch eine Gewohnheit von meinem Bioshock. Ja. Ich glaube, das ist aber Aliens. Ja, ich sag mal so. Aber nee, ich sag mal... Off-Kriegen. Das mach ich off-Kriegen. Alter. So, der war gut. Das ist doch schon wieder nichts Gutes, was du denn sagst. So, seid ihr alle da? Tra-Di-Tra-La. Ja, gut. Ich bin da. Oh, hier liegt noch Muni. Äh, nee. Die automatische Versiedlung ist hin. Winter, überbrüge das. Verstanden. Ja, das war wieder einsatz für mich. Was? Ich bin noch Winter. Ich bin Winter. Nee. Dann sind wir beide Winter. Ja, gut. Na gut, dann fahr ich mal die Konsole, ne? Mach mal an. Gehen Sie zum Dropshilf. Ja, was? Stopp. Zu lang. Alter, das gefällt mir gar nicht. Oh, hier wackelt Aliens. Hilfe! Hilfe! What the fuck? Lass mich nicht allein. Alter, was geht hier ab? Oh, ach so. Wie kann man eigentlich schnell laufen? Äh, bestimmt. Scheiße. Ah! Alter, da ist doch irgendwo einer. Das war jetzt aber, wa? Den hab ich gut erwischt. Wo war nochmal das Licht überhaupt? Mit F? Nee. Licht? Ja, so ist das bei mir in der Tage nicht, ne? Ja. Alter, ich kann mich extrem extrem schreckt qualmen, ey. Dann geh nicht zurück nach vorne. Halt, short. Das ist nicht schön. Alter, Verwalter. So, ich hoffe, das war's jetzt. Bella ist weiter vorne. Die Qualms aus allen Ecken und Kanten. Ja, gleich Qualms. Die Qualms, die Socken. Was ist hier noch was? Äh, wo sind wir überhaupt lang jetzt? Na, immer den anderen beiden da. Ach, ne, ich bin hier die Luke dran, glaub ich, ne? Denk ich mal. Ja. Alter. Jetzt gibts ab in den Keller, ne? Wo wir ja nicht viel Spielraum haben, ne? Charlie, wo bist du? Im Keller. Alter, hier haben wir nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Und dann noch das Wasser. Ja. Wenn da jetzt die Alien aus dem Wasser kommen. Äh. Alter, hier ist aber auch schreckhaft. Alter, hier hat sich was bewegt neben mir. Ja, ich aber auch schreckhaft. Alter, hier hat sich aber neben mir was bewegt. Ja, das sah so komisch aus. Das Wasser hat sich so komisch... Ich weiß nicht, wie lange wir die Truppen noch von unserem Schiff fernhalten können. Wenn es hier für uns zu gefährlich wird, lassen wir sie Zeug. Ja, müssen wir lang. Wir machen so schnell wie wir können, Sir. Das ganze Schiff ist voller Ungeziefer. Äh, sind wir hier auf richtig? Hallo, mach ich. Ja, ja, Bella, die Bella rennt voraus schon. Und unten hier auch. Hier sehen wir schon richtig, ne? Boah, sag mal, wir können nicht mehr fliegen. Alter. Alter, hier fliegt uns das ganze Schiff um die Ohren. Gute Sache. Kontrollpunkt bereit. Was passiert hier? Ich mach mal hier Tür zu, das gefällt mir nicht. Zack. Würde? Ja. Alter, der gefickt hier alles auf hier drübe, ey. Da hat sie. Und Rüstung. Ah, da komm ich jetzt nicht ran, ne? Wollt ihr? Scheiße. Wollte gefallen. Kack, verdammt. Komm ich da noch ran? Nee, ne? Nee, leider nicht. Schade. Nee. Naja. Kacke. Kann man nichts machen. So, würde ich vorschlagen, oder? Nee. Mischen haben wir noch. Mischen haben wir noch, ja. Äh... Gehst du mal durch, sonst komm ich nicht weiter. Alter. Nix ist auch nichts. Alter, er ist das hier. Scheiße, ey. Halt. Hast du was auf dem Radar? Also, weil es jetzt fast zwar angeschlagen, aber... Hier ist nichts gesehen momentan. Doch! Alter! Abgehauen. Die durch. Die elendige. So, jetzt haben wir eine volle Rüstung. Hier ist einer gestorben. Ja, das scheint eben gerade gewesen zu sein, ne? Gibst du, du hast ihn wieder gestreckt. Pst. So. Alter. Äh? Den hab ich ja nicht. Pass auf, Alter. Willst du da runterspringen? Nö, ich wollte mich nur mal kurz rumgucken hier. Aber ob hier noch irgendwas liegt oder so. Aber ich weiß nicht, dass ich weiß. Äh, wie komm ich das hier da? Weiß ich nicht. Oh, Scheiße. Vielleicht mit Schmackes? Ja, ist klar. Hier geht's weiter. Du musst oben lang. Ah! Boah. Alter! Das ist gut. Boah. So lang. Hilfe! Ich kann dir momentan nicht helfen, weil ich... Weil ich nicht hier rauskomme. Oben lang, oben lang, Manny. Oben. Ja, oben. Warte mal, ich kann nicht. Ich bin momentan im Keller. Ja, warum springst du auch immer da runter? Bitte. Ach, da ist der Weg nach oben. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, man muss auch dazu sagen, unser guter Shikamaru ist unser Kellerkind. Ja. Also ich hab's noch nicht geschafft aufzusteigen oder so. So. Da bin ich. Ich hab mich gut aus dieser Affäre rausgezogen hier, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja für die Abhilfe und ich hab... Applaus. So, ich bin halt nur der Türöffner hier. Euer Privat. Ja, wenn du ja auch die meisten Zeit im Keller bist. Oh. 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 So. Oh, er hält schon von mir. Darf noch einer. Ich muss nachladen, muss nachladen. Ich auch. Na, na, na. Ach so, das war... Das Ding hat O'Neill gerade zu... äh... Und er gestreckt. Tja. Und hier eigentlich auf die Fässer schießen? Ich sehe hier kaum was. Ja. Kann man, aber passiert nix. So, haben wir hier eine Tür. Geht die auf? Ne. Okay. So. Und durch. Weg da. Alter, ich hab noch diese Zeichfinger gehört, gell. Und dann die Maustaste, äh... Deine Maustaste durchziehen. Ja. Oh, scheiße. Alter, scheiße. Scheiße. Das wird immer schräger hier. Alter, wieso man denn bei so'n scheiße, Alter, Erkennungsmarken finden, ey? Ja, das ist... Das ist ein bisschen schwer, ey. So, wo seid ihr denn? Na, hier. Sollt ihr durch so'n Durchgang gehen? Ach, dachte, Shigamaru. Oh. Da ist irgendwas explodiert eben gerade. Bist du halt durchgegangen? Ja. Okay. Oh, mein Gott. Darum können wir uns jetzt nicht kümmern. Wir müssen zum Frachtraum. Scheiße. Wir sitzen hier fest. Alter. Mal hier flächeln. Alter. Das ist das Schiff. Oh, äh. Das ist nicht mehr unser Schiff. Ne, das ist wirklich wahr. Nicht mehr unser Schiff. Oh, oh. Äh. Alter, wie schräg man geht. Ist das so geil. Ich würde mal sagen, wir machen mal, bevor wir hier weitergehen, erstmal eine Aufnahmepause, wa? Ja. Ja. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Zu Elliot, Colin, Enzmarie. Und Schlepp halten.